In der heutigen Folge von Fotos für dein Mac geht es einmal darum, wie du Favoriten erstellen kannst, wie du eine Aufnahme, also das Datum und die Uhrzeit, bearbeiten kannst, wie du Schlagwörter, also Suchtags, vergeben kannst, dann einmal, wie du die Bildinformationen aufrufen kannst und wie du einmal einem Bild, einem Titel hinzufügen kannst und einmal sogar das anzeigen lassen kannst. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf dem Nils-Hilf-Kanal mit der heutigen Folge Fotos für dein Mac. Wie gerade schon gesagt, geht es in der heutigen Folge einmal darum, wie wir Bildtitel vergeben können und einmal anzeigen lassen können, wie wir Favoriten einstellen, wie wir Schlagwörter vergeben können, wie wir einmal das Aufnahmedatum und die Aufnahmezeit anpassen können und zu guter Letzt, wie wir einmal die Informationen zu unseren Bildern aufrufen. Kommen wir zum ersten Punkt, nämlich einmal Informationen zu unseren Bildern aufrufen. Dazu öffne ich einmal Fotos. Kleinen Moment. Wenn wir also Fotos geöffnet haben und nun unsere Informationen aufrufen wollen, also unsere Bildinformation, wenn wir das Foto ausgewählt haben, können wir einmal Apfeltaste I, also CMDI drücken, dann öffnet sich dort das Fenster oder wir machen einmal einen Rechtsklick und sagen Information und schon öffnet sich dieses kleine Fenster hier. In diesem kleinen Fenster finden wir alle Informationen zu unseren Bildern, sei es einmal, wie die Datei heißt, wann sie aufgenommen wurde, also Datum und Uhrzeit, was für ein Kameraobjektiv wir benutzt haben und sogar einmal die komplette Dateigröße. Das sind unsere Bildinformationen. Kommen wir dann dementsprechend auch gleich zum zweiten Punkt, einmal Favoriten. Favoriten sind Fotos, die wir oder die uns besonders gefallen, die in einem extra, ich sag mal, Album drinne sind und die natürlich einmal mit einem kleinen Herzchen markiert sind. Wenn wir ein Foto markieren wollen als Favorit, gehen wir einfach mit der Maus einfach rauf auf das Foto und dann sehen wir hier oben einmal das kleine Herzchen-Symbol. Wenn wir da jetzt länger drauf halten, also unseren Mauszeiger, dann sehen wir als Favorit sichern, kommt dann schon als Tipp und wenn wir hier rauf gehen, wird dieses Herz dauerhaft angezeigt und so haben wir ein Favorit markiert. Wenn wir also mehrere Fotos haben mit einem Herz markiert und wieder zurück zur Album an sich gehen, finden wir nun ein Album, ich sag mal, vorkonfiguriert von Apple mit Favoriten. Dort sehen wir dann alle unsere Favoriten, die wir einmal ausgewählt haben. Hier zum Beispiel diese drei Fotos. Ich sag mal, Favoriten können uns bei der Suche von Fotos natürlich auch schon weiterhelfen. Wenn wir wissen, das ist ein Favorit unserer Foto, was wir gerade suchen, dann gehen wir einfach in Favoriten und finden hier unser Foto. Wir können aber auch andere Wege haben, um Fotos leichter zu suchen. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal ein Foto aufrufen, und zwar unsere Bildinformationen, haben wir jetzt hier oben einmal einen Titel. Das ist der Bildtitel. Also ein Bildtitel ist aber nicht die Dateiname, ja? Also das muss man schon wissen. Also meistens wird der Dateiname von der Kamera vorgegeben. Ich sag jetzt mal hier in dem Fall IMG 0799. Der Bildtitel ist nur was ganz anderes. Den können wir jetzt einmal eingeben. Hier zum Beispiel mache ich einmal Mac Tastatur. Mac Punkt Tastatur, ja, Tastatur. So, wenn wir jetzt auf Enter drücken, ist das einmal hier reingespeichert, dieser Titel. Und wenn wir jetzt hier einmal unter Darstellung und dann sagen Metadaten, hier einmal Titel. Wenn wir also hier einen Haken oder ein Hexen vor Titel haben, wird dann dauerhaft der Bildtitel angezeigt. Und wir sehen hier unten unter dem Foto Mac Punkt Tastatur. Dieser Bildtitel kann uns jetzt auch dabei helfen, das Foto zu finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal Mac eingebe, sehen wir, dass Fotos, alle Fotos durchsucht hat, auf das Schlagwort Mac. Und wir finden eins, wenn wir jetzt Enter drücken, wird dieses Suchergebnis bei uns hier angezeigt. Und haben hier einmal Mac Punkt Tastatur. So können wir zum Beispiel die Suche erleichtern. Es geht allerdings mit der Suche noch besser. Nehme ich mit Schlagwörter. Schlagwörter. Es setzt nicht irgendwie Wörter, die einen verprügeln oder so, sondern Schlagwörter sind Suchbegriffe oder Suchwörter, Suchtags, was auch immer, wie man das nennen möchte. Und ja, diese können wir auch einmal Bildern hinterlegen, wenn man zum Beispiel jetzt einen, ja, ich sag mal jetzt hier zum Beispiel mit Zoo oder hier in Berlin, wir machen mal hier Berlin, in den Apple Store zum Beispiel, dann haben wir, gucken, haben wir noch ein paar. Ne, wir machen mal hier, wir machen hier mal, markieren alle. So, nun habe ich jetzt erstmal eine markiert und möchte diese Fotos mit einem Suchbegriff, nämlich Werder Bremen zum Beispiel, vergeben. Wir können jetzt auf zwei verschiedenen Arten einmal Suchbegriffe in unsere Fotos einfügen. Der erste Weg ist einmal über die Information. Wenn wir diese sieben Objekte einmal markiert haben und jetzt einmal, ich sag mal Command-I drücken für Information oder Rechtsklick und Information drücken, sehen wir dann hier einmal für diese sieben Objekte unser Informationsfenster. Hier können wir jetzt einmal ein Schlagwort hinzufügen, nämlich SV Werder Bremen. So, wenn wir jetzt Enter drücken, sehen wir, dass SV Werder Bremen einmal hier einmarkiert ist oder eingerastet ist und wir können jetzt noch einmal sagen Fußball, drücken wieder Enter und machen noch einmal noch ein Wort. Joel zum Beispiel, weil ich mit meinem Kumpel da, den kennt ihr auch alle vom Joker-Kanal, dort war der jetzt großer Werder Bremen Fan. Und ja, dann, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Schlagwörter eingegeben haben, Fußball, Joel, SV Werder Bremen und die jetzt wieder hier oben einmal suchen werden, wie zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal Joel, gebe ich einfach mal ein, sehen wir hier, dass das Schlagwort Joel in sieben verschiedenen Fotos vorkam und dann, wenn wir Enter drücken, sehen wir die Suchergebnisse von diesen sieben Fotos. Wir können natürlich auch auf einen anderen Weg Schlagwörter hinzufügen, nämlich über den Schlagwort Manager. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal diese zwei Fotos nehmen und einmal auf Fenster gehen und dann hier Schlagwort Manager aufrufen, öffnet sich dieses kleine Fenster hier. Bewegen Sie die Schlagwörter hierher, um sie zu Ihrer Schnellauswahlliste hinzuzufügen und Ihnen Tastatur-Kurzbefehle zuzuordnen. Hier können wir zum Beispiel auch sehen, also wir haben im Moment vorgefertigte Schlagwörter, wie zum Beispiel Familie, Geburtstag, Kinder und Urlaub. Da ich jetzt drei neue eingegeben habe, zum Beispiel Fußball, Joel und SV Werder Bremen, finden wir diese hier in unserem Schlagwort Manager. Das ist der Bereich, wo wir unsere Schlagwörter oder unsere Suchtags, wie auch immer, einmal verwalten können. Das heißt also, wir können hier Schlagwörter hinzufügen, wir können aber auch die, die wir schon einmal vergeben haben, wie zum Beispiel einmal SV Werder Bremen oder Fußball sozusagen, einfach mal rauslöschen. Wir können natürlich auch, wenn wir jetzt Fotos markiert haben, unsere Suchtags anklicken und schon werden diese zu den Fotos hinzugefügt. Ich möchte allerdings jetzt mal ein paar neue hinzufügen und tippe dadurch einmal auf Schlagwörter bearbeiten. Dann habe ich hier halt einmal die Chance, das Suchtag zu löschen oder halt umzubenennen oder sogar ein Kurzbefehl einzugeben. Ich möchte jetzt allerdings mal einen neuen haben, na, ich sage einmal Comic und einmal Star Wars, na, dann einmal Star Wars und einmal Pokémon. Na, so, wenn wir hier allerdings Schlagwörter einmal eintippen, sehen wir auch, dass wir Kurzbefehle haben können. Wenn wir jetzt also einmal bei Comic für C ist der Kurzbefehl, bei Pokémon ist P und Star Wars ist einmal S. Wenn wir jetzt also diese beiden Sachen markiert haben, diese beiden Fotos und nun einmal einfach nur S drücken, dann sehen wir, dass beide Fotos jetzt einmal den Suchbegriff Star Wars haben, dann einmal P für Pokémon und einmal C, na, C für Comics. Wenn wir jetzt also wieder hier oben in der Suchleiste, ich sage jetzt mal Comic eingeben, sehen wir, natürlich haben wir hier nochmal ein paar andere Fotos auch mit da drin und sehen jetzt hier einmal die Fotos, die mit dem Suchbegriff Comics einmal ausgestattet sind. Und so können wir zum Beispiel in unserer Fotos-Mediathek Fotos leichter finden, wenn wir einfach nur Suchwörter, also Schlagwörter oder Bildtitel eingeben. Also, wenn wir viele Fotos irgendwann haben, irgendwann mal vielleicht mit Bildtiteln arbeiten oder mit Schlagwörtern, zum Beispiel Urlaub 2016 oder Urlaub Mallorca, ach, das wäre so schön jetzt, ja, einfach eintippen und dann können wir hier oben einfach in unserer Suchleiste das Schlagwort eingeben und schon sehen wir alle Fotos mit dem jeweiligen Schlagwort enthalten. Kommen wir nun zum letzten Thema dieser Folge, nämlich einmal das Aufnahmedatum und die Aufnahmeurzeit anpassen. Das kann schon mal passieren, dass das Aufnahmedatum und die Aufnahmezeit eine ganz andere sind als zum Beispiel andere Fotos. Es kann gut möglich sein, wenn du also irgendwann mal einen Urlaub machst, in den Staaten, sage ich jetzt mal, da herrscht zum Beispiel eine ganz andere Zeitzone. Ich sage jetzt mal, ich glaube, sechs Stunden nach sind die, also nach unserer Zeit. Und wenn man darauf nicht achtet und jetzt in der Digitalkamera zum Beispiel, also hier in so einem Gerät, die Digitalkamera, wenn man dort die Uhrzeit nicht anpasst, aber auf dem iPhone, wenn man es sobald man es nämlich mit dem Internet verbindet und Standortfreigabe hat, dann passt ja automatisch die Zeit an und das Datum, dann kann das passieren, wenn wir Fotos machen mit unserer Digitalkamera, ohne darüber nachzudenken, da ein Foto, dort ein Foto, überall ein Foto, mit unserem iPhone, da ein Foto, dort ein Foto, überall ein Foto und die dann später importieren wollen in unsere Fotos-Mediathek, haben wir auf einmal Fotos, die zur selben, ich sage jetzt mal, zur selben Zeit gemacht wurden, ich sage, 2.9.2016 und 16 Uhr. Wenn wir die allerdings importieren, dann sehen wir auf einmal, dass das eine Foto um 10 Uhr morgens gemacht wurde und nicht um 16 Uhr. Also, ja, das kann dann schon mal ein bisschen ärgerlich sein, wenn zum Beispiel 6 Stunden vorher, also von der Anzeige her, einmal ein Foto kam, was dunkel ist, also was in der Nacht gemacht wurde und auf einmal wieder ein Foto ist, was hell ist, aber trotzdem das gleiche Datum hat und das sieht einfach nicht schön aus. Wenn wir sowas also verändern wollen, tippen wir einfach das Foto an, gehen auf Bild und sagen Datum und Uhrzeit anpassen. Nun können wir einmal hier in diesem Fenster, können wir einmal die Originalzeit sehen, also da, wo es jetzt wirklich aufgenommen wurde. Wir können jetzt aber auch ein ganz anderes Datum hier eingehen. Wir können jetzt zum Beispiel einfach mal der 13.07. machen und dann steht hier unten, das Originalfoto wurde um einen Tag angepasst. Wenn wir jetzt hier überall was machen, zum Beispiel 14. oder so, wird sich diese Anzeige hier unten auch anpassen. Wenn wir auch Geotag, dazu kommen wir später nochmal, was Geotagging ist, eingeschaltet haben, sehen wir auch, wo genau sich das Foto oder wo genau das Foto aufgenommen wurde. Wir können es jetzt auch gerne hier einmal runterziehen, zum Beispiel, dass das Foto in Kamerun gemacht wurde. Wenn du dann fertig bist mit dem Anpassen, gehst du einfach hier unten auf Anpassen und schon wird das, was wir angepasst haben oder neu gemacht haben, hier eingestellt und du kannst es dann in den Informationen sehen. Dann steht hier nicht mehr 12. Juli, sondern 13. Juli und zum Beispiel die Zeit auch eine ganz andere. Und hier wird dann auch nicht mehr der aktuelle Ort angezeigt, sondern einmal Kamerun, so wie wir es gerade hatten. Und so kannst du das Aufnahmedatum und die Aufnahmezeit von deinem Foto oder sogar von mehreren Fotos bearbeiten. Wenn du jetzt noch Fragen hast, ich meine, das war jetzt schon eine ziemlich größere Folge, würde ich jetzt mal behaupten, mit mehreren Themen drinne, ist mal wieder was Neues, nicht immer nur ein oder zwei Themen, war mal wieder schön kompakt. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu diesem Thema oder einem anderen Thema, schreib mir doch einfach in die Kommentare oder auf Twitter einfach at NilsBer eintippen und dann kann ich eure Frage sehen und beantworten. Ansonsten sehen wir uns hier in Abblendbildschirmen, wo du einmal die Anleitung hast, wie du mit Alben in Fotos arbeiten kannst und in dem unteren Video, da, zeige ich dir einmal, wie du externe Festplatten mithilfe von Time Machine speichern kannst. Und damit bedanke ich mich nochmal fürs Reinschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.